Hallo, das Du siehst du hier und weiter geht's in Jahr 3. Oh, ich kann doch Lollis rausholen. Hier hast du einen Lolli. Dankeschön. Du siehst aber nicht als Schüler in Gefahr gerettet, oder? Ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. So. Hier war's, hier war's. Dankeschön. Noch ein bisschen da oben. Ach ja, ich glaub nicht, dass das Geld reichen wird, aber... Was soll's? Moment. Äh, so. Da aufgemacht. Hier einsortiert. Aber kannst du das nicht alles selber? Bist du viel zu doof dafür? Da einsortiert. An der Seite irgendwas gemacht. Ich kann nicht mal sehen, was... Ich seh nicht, was sie macht. Was macht die da? Hä? Egal. So. Das da noch. Ups. Da glitzert noch was. Nein, gut, dann halt nicht. Tschüss. Wieso ist das nicht auf? Ich möchte da rein. Ich möchte aber auch in das andere rein. Ihr seid alle doof. Egal. Das gleiche Spiel wie auch schon in den Sachen davor. Einfach mal alles auseinandernehmen. Ja, gib mir. Gib mir Stutz. Gib mir Stutz. Gib mir meine wohlverdienten Stutz. Dankeschön. Tschüss. Und... Was ist das? Ach, ein Schlüssel. Jo. Hi. Das ist Lupin. Jo, passt. Oh, gut zu wissen. So ein Scheißdreck. Damit hätte ich jetzt ganz viel verpasst, wetten wir. Egal. Harry? Tschüss. Seit wann hat Lupin bitte solch heftige Narben im Gesicht? Also das wäre mir neu. Öh. Öh. Die Mentoris. Ach komm, nehmen wir Lupin. Ich sag dir Lupin. Äh, nein. Nein. Y. Was davon ist denn der Patron? Doch, das da, ne? Ne, gar nicht mehr das da. Hahaha. Wow. Wie toll. Ron, räume mal hier auf. Aufräumen, hab ich gesagt. Los, mach mal was kaputt. Ach, Ron, du bist so doof. Mach mal hier was kaputt. Damit ich wenigstens ein bisschen Geld kriege. Auch wenn ich es jetzt schon wieder vermasselt hab. Ja, Geld. Mehr Geld. Am meisten Geld. Geld. Geldig Geld. Geldig Geld. Ach komm schon. Geldiges Geld. Gut. Was soll ich da mitmachen? Nichts oder was? Lupin, wo bist du? Komm mal hier. Ich will, dass das Eis schmilzt. Nein. Kannst du nicht? Okay, dann. Äh, dann... Mach mal hier alles auf. Ist ja ein feiner Lupin. Oh. Bok, 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 bok. Bok, 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 bok. Bok, bock, Schatz, ich höre dich nicht durch das Headset. Es läuft mich nicht, ob es da weitergeht. Kann ich Sachen bewegen? Und Sachen aufmachen? Und ich habe eh schon verkackt von dem her Wayne. Ach, wie gemein ist das denn? Macht er das im anderen Raum auf? Sophie, du sollst so etwas doch nicht tun. Wer hat dir das erlaubt? Wer nur, ich war es nicht. Komm. Ja, komm, mach auf. Danke. Oh. Nett, ein... Klo. Sehr schön. Kannst du nicht mal überlaufen? Sei mal cool und lauf über. Nein, nein, nicht. Und hier noch. Wups. Wups. Geld für den Herrn Lupin. Lupin macht das auf. Dankeschön. Hey, unser Geld, das sieht halbwegs in Ordnung aus. Besser als gar nichts. So, jetzt schätze ich mal den Wagen hier schieben. Nein, ja, nein. Vielleicht? Doch. Bäm. Bäm. Aufgemacht. Lupin, du willst da nicht dann, richtig? Du magst keinen Mondschein. Du gehst trotzdem. Das finde ich nett von dir. Das ist eine Slytherin-Kiste. Egal. Machen wir sie auf. Können wir mit dem Mist was anfangen? Scheint nicht so. Das ist noch eine Slytherin-Kiste und ich höre irgendwas glitzern. Ich weiß nur nicht was und ich weiß nicht wo. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Ein wenig sehr. Geld, 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 Geld. Wozu höll ich glitzert es denn? Es wird stärker, das Geräusch. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir kommen näher. Also nicht hier. Also irgendwo da hinten beim Dementori. Dementori! Das ist wie ein Dementor. Du niedlich. Äh. Das war's. Hallo. Den da. Danke. So. Wo ist Kretzi? Nein, das ist nicht. Ja. Äh. Äh. Bin ein Held. Kretzi, los, lauf! Ja! 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 Da drin. Mach auf. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Geh weg, Schlüssel. Geh weg! Ich vertraue dir nicht mehr! Äh. Was? Ja, ich sehe, dass sie auf dem Flüsse steht. Äh. Aber wo glitzert es denn hier? Verdammt nochmal. Das irritiert mich gerade so sehr. Ich höre aus glitzern. Weißt du, was ich mit glitzern meine, Schatz? So, dieses Wiii, hier ist irgendwo was, was ich haben. Da oben. Wo komme ich denn da oben ran? Was? Wer kann denn bitte... Ich hab's. Was? Ja. Ich wusste doch, da ist... Ich höre es irgendwo glitzern. Die haben wir gar nicht. So. Noch mehr Sachen. Mehr gibt's in dem Raum hier nicht. Da ist... Ach, ich hab so... Wenn ich die Stutzfrau nicht verloren hätte, ich wette, ich würde jetzt den Warnzauberer kriegen. Aber nein! Ich musste ja fünfmal am Gleis runterfallen. Zwei von fünf. Ja, wie toll. Ach so, da brauche ich den Schlüssel. Komm mal mit. Nimm den mal mit. Benutze ihn mal. Ich brauche diese verdammte... Ich muss Minecraft spielen. Gib mir diese... Dings da. Spitzhacke. Nein, Spitzhacke auf Deutsch. Gib... Gib sie mir! Und wir bauen Eis ab. Können wir normalerweise auch anders, aber... Was soll's. So. Weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt im Gepäckwagen? Ja, ist ja nett. Ist das was für Herminis? Hermini! Sag hallo! Okay. Sternchen! Dann kommt der Mond! Dann kommt die komisch aus in der Flasche. Und dann das Hütchen. Und dann gibt's Spielzeug. Ups. Äh... Ja, komm schon, denke. Und da gibt's eine Kiste für. Und diese Kiste steht mir im Weg zu, da ich die Stutz nicht einsammle. Ach, das ist das Mondlicht. Puh. Ich verstehe. Das ist echt ne Pins, Mac Mac. So. Hier, die Kiste noch. Yeah! Oh mein Gott, ich hab zum ersten Mal ein vollständiges Wappen. Ich bin begeistert. Üh, geh weg. Ich hatte noch nie ein vollständiges Wappen. Ja, da ist ne Pickaxe. Lupi, komm mal her. Kannst du die Kiste nicht kaputt machen? Komm, nimm sie doch. Jetzt zieh da hin. Ron, guck dir das an. Ach, dass ich damit Lupin weiter kann. Verstehe. Ah, nimm das Ding, Hermina. Dankeschön. Ach, und das was? Ach ja, dahin, ne? Einfach nur, damit der Herr Lupin weiter kann. Lupin? Jetzt wartet Arbeit auf dich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Hä? Doch, geht doch. Das Geräusch ist so hübsch. Hallo Harry, wie geht's dir? Guck mal, hier hast du ein Stück. Lego-Schokolade. Schmeckt bestimmt ganz gut. Jetzt hab ich Hunger auf Schuhe. Ech. Yum, yum, nee. Hey, toll. Ich bin nicht begeistert. Gesundheit, Schatz. Auswappen, alle. Nein, nein. Frustration-Mode on. Mhm. Toll. Klasse. Schichte fortsetzen. Und frisch streichel ich. So, gucken wir mal. Na, Kretze. Mää. Na, Krummbein. Singende Frösche. Guck mal, das ist Lupin oder Sagret. Und die unterrichten dieses Jahr. Und Krummbein mag Kretze nicht. Und ich mag dich nicht wahren, weil dein Kretze doof ist und mein Krummbein deswegen dauernd wegrennt. Was ist denn? Mädchen halt. Zecken ohne jeglichen Grund rum. Mein Freund boxt mich. Jedes verdammte Mal. Jedes Mal muss ich es wieder aufs Neue machen. Dinge einsammeln. An. Geld ist Geld. Man will sich nicht beschweren. Da muss ich rein. Ach, das ist doch schon der Unterrichtssaal. Ja. Nächstes Mal. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.